Der Teleskop-Montierhebel mit einer Grundlänge von 60 cm ist über 27 Stufen ausziehbar bis zu einer Gesamtlänge von knapp 92 cm. Nicht nur dass der Montierhebel in der Länge einstellbar ist, ich habe hier auch die Möglichkeit den Kopf zu verstellen. Je nachdem wie ich mit dem Montierhebel arbeiten kann beziehungsweise muss, ist der Kopf 180 Grad verstellbar und das in mehreren Positionen. Das vordere Ende ist sehr schön schmal ausgeführt. Um den hohen Belastungen standzuhalten ist der komplette Mont-Hebel aus einer speziellen Stahllegierung gefertigt.